einen wunderschönen guten morgen hallo und herzlich willkommen zum market roundup wir sprechen wieder über marktupdates was war letzte woche los aktien news und insbesondere natürlich auch auf die kommenden wochen die berichtssaison steht bevor es gibt einige spannende bewegungen glaube ich hier bevorstehen wir gucken später mal auf die einzeltitel drauf wie immer starten wir allerdings mit einem blick auf den markt wir starten mit dem marktupdate und dementsprechend zuerst mit einem blick auf den dax und man kann an der stelle mal sagen es war nicht allzu viel los nicht allzu viel bewegung und dass wir nähern uns so langsam dem alten eiszeit hoch hier aus dem mai wieder an stück für stück quasi mit der bewegung nach oben die wirtschaftslage ist immer noch ein bisschen eingetrübt die letzten wirtschaftsdaten waren alle nicht sonderlich positiv von jeglichen größeren industriellen konjunkturdaten als auch vom konsumverhalten muss man sagen ist das momentum nicht berauschend was allerdings aktuell ganz gut für das thema zinsen ist natürlich spielt deutschland nur ein klein teil im europäischen kontext allerdings ja diese leicht abflauende wirtschaftsleistung die wir in ganz europa sehen spricht für schnellere zins senkungen auch wenn sie nicht im juli erwartet werden das wäre ein bisschen zu früh dafür ist die inflation zuletzt zu beharrlich gewesen allerdings rechnet man insbesondere mit dem september mit weiteren zins senkungen grundsätzlich kann man sagen ist der dax aber in einem positiven momentum wieder wir sind oberhalb der gleitenden durchschnitt man sieht hier oben schön über dem 50er gleitenden durchschnitt der gelben linie über dem 7er gleitenden durchschnitt der linie das heißt vom momentum her können wir sagen ist beides positiv es bahnt sich sogar so eine leichte kreuzung hier eventuell an auch wenn man zuletzt hier und so noch gestern etwas verhaltener war der macd ist ebenfalls positiv also können wir grundsätzlich sagen ist das stimmungsbild nicht schlecht allerdings rein statistisch gesehen muss man sagen wir haben die nächsten drei monate die saisonale schwäche phase eigentlich des jahres man sieht es hier unten im stock euro 50 der ist schon was länger man sagt ja immer sell in may das würde hier in dem falle saisonal auch zutreffen zumindest für den stock europe aber auch der smp 500 tritt jetzt hier in so einen saisonalen schwächegrad ein in dieser delle tendenziell juli august und da muss man sagen gibt es so eine kleine anomalie denn der juli ist grundsätzlich in den usa eigentlich ein starker monat da gibt es fast immer zugewinne das heißt der tiefpunkt wird zwar auch erreicht im kern steigen die märkte aber dann doch leicht wieder an und das sieht man auch so ein bisschen in dem saisonalen chart muster allerdings wie gesagt wir sind im sommerloch wir sind in der tiefe und wir sind gerade in der phase in der die märkte eher in ruhigerem fahrwasser fahren und das sieht man auch an den volatilitäten am markt die bewegungen sind grundsätzlich sehr sehr niedrig allerdings und das da sind sich eigentlich alle marktteilnehmer einig wird es künstlich wieder zu erhöhten volatilitäten kommt insbesondere vielleicht auch jetzt mit der start der berichtssaison in den nächsten zwei wochen und dementsprechend steigen die vorhergesagt die impliziten volatilitäten wieder leicht an wie sieht es bei den anleihen aus der zehnjährigen bundesanleihe in dem fall die ist wieder leicht tiefer kann man sagen die sind aus dieser range ausgebrochen aus diesem reggie die wir hier gesehen haben schon zu beginn der letzten woche das war schon das stark signal für weiter fallende kurse wie wir es auch hier gesehen haben jetzt muss man sagen hat sich das ganze aber etwas sanfter verhalten wir hatten gesagt zuletzt etwas beharrlichere inflationsdaten aber die lage in frankreich hat sich wieder etwas entspannt zumindest so in dem kurzfristigeren momentum die renditen sind allesamt wieder leicht gefallen insbesondere auch weil sich das momentum gerade in amerika zum thema zinssenkungen wieder an momentum aufnimmt im juli wie gesagt keine zinssenkungen von der ecb erwartet man rechnet aber mit weiterer zinssenkung zum ende des jahres damit auch noch mal ein kurzer abschließender blick auf den kak 40 den haben wir uns in den letzten wochen ja immer mal wieder angesehen weil es dann doch relativ starkes negatives momentum nach den wahlen gab das ganze hat sich allerdings wieder gefangen es gibt wieder entspannung auch auf politischer ebene zumindest im größeren bild die sind also wieder in einem leicht steigenden sich stabilisierenden territorium auch wenn es in den einzeltagen doch noch deutlichere bewegungen gibt und um zu sagen der luxusgüter sektor ist aktuell wieder unter druck zumindest zum ende der letzten woche es gab ein paar news von burberry von richmond von einigen größeren titeln die haben jetzt auch wieder quartalsberichtssaison was das ganze thema betrifft aber man merkt dass immer noch so leichte flaute herrscht im luxusgütermarkt und ja das hat sich dann auch auf den märkten insbesondere in frankreich wiedergefunden dort sind viele große luxusmarken ansässig werfen wir nun einen blick auf die usa da war nämlich etwas mehr los natürlich zum beginn der letzten woche wir hatten natürlich den ausreißer mit trump sehen wir gleich auch noch mal die auswirkungen nach dem attentat auf die märkte ganz grundsätzlich kann man aber sagen das momentum ist weiterhin positiv im s&p 500 wir hatten diese w formation dieses aufsetzen hier auf der schönen 50er linie dann den relativ geraden strich nach oben wir kämpfen jetzt zwar mit so leichten plus minus kursen immer so in dem wochenrhythmus grundsätzlich sehen wir aber fast immer leichte kursgewinne zum ende der woche so auch letzte woche inflationsdaten wurden positiv aufgenommen die sind auf dem richtigen weg sind auf dem richtigen momentum zinssenkungen werden dementsprechend wieder wahrscheinlicher insbesondere weil wir letzte woche auch schlechtere konjunkturen schlechtere wirtschaftsdaten gesehen haben das heißt die frage in den usa wird auch immer größer ja gibt es jetzt eine wachstumsdelle gibt es eine dalle in der im wachstum der wirtschaft der usa diese frage wenn sie einmal aufkommt wird meistens dann sehr sehr heiß diskutiert und diese frage führt im kern dann auch vielleicht dazu wie gesagt dass die zinsen schneller sinken in dem falle ist das zinsmomentum im september auch hier wieder gefragt und man rechnet aktuell dort mit den ersten zinssenkungen der fed und das sehen wir auch in der zehnjährigen us treasury die ist jetzt aus diesen weddry den wir hier gezeichnet haben ausgebrochen hier nach unten hält sich aktuell noch an dieser 4,1 4,2 prozent linie man kann aber sagen auch hier sehen wir seit wochen immer wieder tiefere hochs kann man sagen tiefere tiefs das heißt der grenzsätzliche kanaltrend geht jetzt hier auch langsam wirklich in eine negative richtung natürlich die frage was sagt die fed wie konkret wird man da jetzt auch und wie wiegelt sich gerade auch der us-kampf weiter auf das trifft am ende auch die treasuries allerdings ja auf der zehnjährigen längeren historie sind meistens die politischen ereignisse nicht ganz relevant sondern da geht es wirklich um die geldpolitischen maßnahmen und das sehen wir aktuell wenn man das ganze sich schematisch anschaut auch sehr sehr schön in einem potenziellen momentum was sich abbilden könnte für das thema zinssenkungen also wir sehen auf der in der gelben linie oder in dieser gelb braunen linie quasi die inflation einmal abgezogen in dem fall von core pci dass man sich anschaut also hier der kerninflation man sieht auch wo so ein bisschen das ziel der fett ist oder wo man aus der fett richtung hindenkt und man sieht in der blauen linie die ja die fett funds rate also den zinssatz quasi aktuell auf den wir schauen wenn wir auf die geldpolitischen maßnahmen in den usa schauen und was wir sehr schön sehen können ist natürlich dass die projektion dann langsam einher geht mit wirklich fallenden auch inflationsraten das heißt bis zum jahr 20 26 will man wieder unter diesen 20 2 prozent ziehen sein und dann muss auch eigentlich jetzt sind oder der leitzins so langsam folgen das ist zumindest das ziel so ist die projektion und wenn man vom momentum her geht dann deckt sich das auch relativ stark mit dem maßnahmen die in der vergangenheit ja vergangenheit passiert sind man möchte erst mal den beweis sehen dass wirklich die inflation nachhaltig zurückgeht das sieht man so langsam also es geht immer stetiger bergab das heißt so langsam müssten auch die leitzinsen hier nachziehen auch wenn man noch oberhalb dieses zwei prozent ziels ist man möchte eben nicht dass diese wachstumszelle die man zuletzt gesehen hat sich weiter ausweitet und das zeigt sich jetzt auch grundsätzlich in den projektionen für die zinssenkungen eher der fed funds rate in dem falle spricht man hier von 0,25 prozent schritten also 25 basis punkten und die projektion wann die denn eintreten sollen oder wie viele noch eintreten sollen dieses jahr und jetzt sieht man dass man im juli auf minus drei zinssenkungen ungefähr oder bis 13 schritte geht also ungefähr 0,75 prozent bis zum ende des jahres das ist unter das ist wieder unterhalb der projektion die grundsätzlich mal im laufe des jahres thema waren hieß es ja teilweise gibt vielleicht keine oder nur wenig zinssenkungen zum anfang des jahres war man bei deutlich mehr muss man immer noch sagen wir waren bei minus 6 minus 15 schritten sehr sehr stark eingepreist das momentum hat sich aber relativ schnell gedreht jetzt geht es hier wieder in richtung mehr zinsschritte man pendelt sich hier wie gesagt gerade aktuell bei diesen drei schritten ein ich hatte gerade eben kurz das trump thema angesprochen denn das ist tatsächlich relativ relevant dann doch auch für ein kurzfristiges momentum an den märkten gewesen wir haben zwar nicht so starke ausschläge im breiten markt gesehen aber in einzelnen spitzen war es doch schon sehr spannend ist nur noch im bankensektor zum beispiel oder auch vom verteidigungssegmenten überall dort wo man in der letzten wahlperiode einige veränderungen gesehen hat als trump dann an der macht war kann man sagen und man muss sagen es hat deutlichere auswirkungen gehabt auf das momentum wie der markt aktuell einschätzt wer von beiden präsidenten denn wirklich gewählt wird oder wer von beiden präsidentschaftskandidaten wirklich gewählt wird und in dem falle sieht man halt dass durch ja dieses attentat die wahlchancen für trump deutlich in die höhe geschossen ist das sieht man eigentlich in allgemeinen umfragen das ist natürlich jetzt hier ein sehr sehr krasses bild grundsätzlich muss man sagen gegen die umfragen ja vielleicht für trump in die höhe und das sieht man da wie gesagt bei zum beispiel bankenspreads man sieht in verteidigungsetats und 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 das steht so ein bisschen im fokus auch jetzt nachdem der vizepräsident benannt wurde gibt es da wieder sehr lokal einige bewegungen und verschiebungen immer markt und wir sehen es gleich später auch in der aktie von trump bevor wir das tun kurzer blick auf den dow jones denn da gab es eigentlich noch mehr bewegungen in der letzten woche als jetzt mal beim s&p 500 wir haben mal wieder die woche gehabt in der die value titel mal die tech die gross werte outperformed haben wir haben also eine breite erholung eigentlich im marktsegment gesehen und auch eine breite erholung wie sagt in den nicht tech werten der dow jones ist damit auf einen neuen allzeit hoch man sieht hier oben werden zum ende der woche waren wir knapp noch drunter sind dann auf so ein neues allzeit hoch hier oben gekommen sind sogar oberhalb dieses alten aufwärtstrends also auch hier wirklich ein schönes momentum man profitiert also von diesen schätzungen wie sich eventuell die zinsen verhalten und dann auch wieder so ein breiter schwung langfristig in den konsummarkt abseits des text rektors kommt fokus natürlich sehr sehr stark jetzt auf die nächste berechtssaison allerdings der dow jones also nachhaltigeren erholung und das haben wir wie gesagt auch gesehen nach diesen inflationszahlen also wir sehen hier entgegen dieser indiz eigentlich wie hat sich der breite markt verhalten gegenüber den einzelnen titel sonst sehr stark performt also wir haben in den letzten wochen oft davon gesprochen in video microsoft google die großen tech werte die haben den markt getrieben und der breite markt der hat eigentlich nicht so wirklich was von der performance abbekommen und das hat sich so ein bisschen gedreht jetzt zumindest nach diesen inflationsdaten weil sinkende zinsen wahrscheinlichkeit von zinssenkungen die höher werden dann auch eher noch den breiten markt trifft als nur diese einzelnen aktien die vielleicht gerade auch von den boom in richtung künstliche intelligenz profitieren das heißt wir sehen sehr sehr schön dass da jetzt mal eine erholung in kraft tritt und das hat man wie gesagt in all diesen sektoren hier gerade gesehen und man sieht es auch so ein bisschen im nestic 100 der sehr sehr stark getrieben ist von genau diesen werten der hat nämlich in der woche ja mal kaum oder fast gar nicht zugelegt also mehr oder weniger stillstand in der letzten woche wir haben deutliche bewegungen noch oben und unten wir hatten eine deutliche korrektur zum ende der woche der großen tech werte dann auch eine leichte erholung der rsi korrigiert ja auch wieder als dort sehen wir mal dass wir keine so positive woche hatten auch wenn sie alles andere als schlecht waren gehen wir noch mal weiter und das verdeutlichen das ganze zum mit der letzten grafik in dem fall haben wir hier den russell 2000 über den wir schon länger gesprochen haben mit dieser seitwärtsphase aus der man ausgebrochen ist zur rally zum ende des letzten jahres wir erinnern uns gerade eben gab es die großen zinssenkungen die da in anbahnung waren dementsprechend die erste rallye die hier dann begonnen hat das ganze hat sich wieder korrigiert jetzt der erneute versuch man ist sogar augenlich aus dieser 2100 range ausgebrochen die nächste die man hier oben anpeilt ist die 2300 marke die potenziell mal in kraft steht also man berechnet jetzt damit was vielleicht der breite marktsektor auch mal ein nachhaltig sich erholen kann ob das dann wirklich so passiert hängt sehr stark davon ab was die fed auch erzählen wird gehen wir mal weg aus den usa zurück nach asien und hier sehen wir sehr schön was beim hang seng passiert ist denn der weiter konsolidiert kann man sagen wir sind jetzt hier in so einem momentum ja was ich eigentlich sehr stark von immer mal wieder kleinen sprüngen nach oben ein bisschen zu schnellen gewinnmitnahmen eigentlich positioniert ganz jetzt im tech sektor beim hang seng gesehen viele gewinnmitnahmen wir haben ja bei so ein paar wirtschaftskreise die sich zusammentreffen auch in asien allerdings wird nicht so viel bewegung erwartet muss man an der stelle sagen man hofft natürlich dass es impulse für die wirtschaft gibt allerdings schwächelt der konsum weiter schwächelt auch weise der immobiliensektor aber zu zeigen die tech werte eine positive performance gefolgt von oftmals auch gewinnmitnahmen also bleibt weiterhin volatil auch im hang seng beim nikke gab es mal neue allzeit hochs zwischenzeitlich kann man sagen sind wir auf diese 42.400 punkte nach oben geschnellt hier bildet sich eventuell nun auch wieder so eine neue seitwärtsphase wir kennen ja das ganz gerne wie das so im hang im nikke passiert also neue hochs die erklommen werden konsolidierung und dann bilden sich gerne so weitere seitwärtsphasen mal schauen was jetzt so diese oder die nächsten wochen passiert wir werden weiterhin auf tiefstudenten auch wenn es zuletzt eine leichte erholung gab das teilweise auch so ein bisschen die impulse für diese letzten realisieren